Jetzt kriegt er nämlich keine Luft mehr. Nein, 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 der kommt schon weg. Glaubst du es mir? Das ist ätzend. Scheiße. Das ist nicht so gut. Aber da kann ich jetzt auch nicht hoch. Keine Chance. Nein, da kannst du nicht viel machen. Ich meine, selbst der Flo hat da einfach... Also ich gehe so... Das ist der Robo. Ja, nein, nein, nein.